Wenn wir über Zukunft sprechen, dann müssen wir Familien in den Blick nehmen. Millionen Familien, Eltern und Kinder in Deutschland. Familien sind das Wertvollste, was wir haben. Eltern zu sein ist das größte Abenteuer und die größte Herausforderung, die wir im Leben überhaupt bestehen können. Und deswegen müssen wir die Bedarfe der Familien in den Mittelpunkt stellen. Familien brauchen vor allen Dingen Zeit. Zeit für sich, Zeit für die Vereinbarkeit der Familie mit dem Job. Familien brauchen aber auch eine finanzielle Unterstützung. Und vor allen Dingen brauchen sie Raum zum Leben. Wir, die Union, wir sind Familie. Und wir wollen mit Armin Laschet an der Seite unserer Familien in Deutschland stehen.